Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Season 2 mit mir und ein paar Vollmongos. Hallo, ich bin auch dabei, hallo, 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 hallo. So, wer ist denn jetzt bei uns alles herrn? Okay, dann wären wir bei uns. Alex hat sich gemutet, was ist los? Keine Ahnung. So, ich mach euch jetzt mal ein bisschen auf laut, so. Alex, was ist los? Was ist los bei der Brüse? Was ist da los? Oh, ich hab last geschrieben. Was ist denn los bei dem? Kali? Ja? So, bin wieder da. So, dass wir jetzt ein bisschen farm gehen. Alex, die Aufnahme hat begonnen, ne? Ich weiß, ich hab auch meine Aufnahme gerade eingeleitet mit einem eigenen Hallo, dass du einfach anfängst ohne Start zu sagen. Ja, ich bin einer für Fuldia. Ja, das ist schlecht. Noch brauchen wir. Ja, läuft schon. Läuft bei dir. Läuft bei mir. Läuft bei dir. Läuft bei mir. Los. Dann gehen wir farm. Los. Ja, dann los. Dann gehen wir farm, los. Ja, dann los. Dann gehen wir farm. Läuft bei mir. Läuft bei mir. Wir haben einfach mal alle ohne Inventar gestartet. Bräug dich. Ohne Inventar gestartet. Nein. Ja. Mano. Also, Nitrado-Beste. Nitrado-Beste. Wir haben halt schon nicht mehr die gleichen Inventar-Sachen. Genau. Wir haben es versucht so einigermaßen wieder herzustellen, sodass... Oh Gott. Ja, wir haben es versucht wieder herzustellen. Hast du... Ja, bei mir spielt Java Java ab. Wupp, 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 wupp. Äh, ne Workbench. Ja. Da steht eine. Mein Gang. Die Schäden wurden schon behoben. Bei mir ist Java gerade abschließt. Ah, okay. Oh, klar. Interessant. Wie schafft ihr das? Das Java war euch abkackt. Äh, Java. Ach so. Begründung von Java. Stimmt, stimmt. Begründung Slava. Hahaha. Oh Gott, wirklich. Dass man Auffälle hat dann Popschutz noch gar nicht angebracht. Moment. Aber Hauptsache wir promoten immer, ne? Ja, wir sind eigentlich voll die... Wir sollten voll dem Geld verlangen. Ja. Wir sollten voll von dem Spacken mal Geld verlangen. Weil wir haben ihm übelst einen Stich gelassen. Und wir verlangen noch Geld. Oder wir stellen ihm ein... Er soll uns ein PC gratis zusammen. Hahaha. Boah, Alter. Der kacke nach dem ersten Hochfahren ab. Für 7 Euro. Für 7 Euro. Stimmt auch wieder. Boah, wir sollten auch... Er stellt uns einfach für... Wir sind 12 Euro im PC zusammen. Wir sollten aufhören zu lästern. Was für ein Scheißkerl. Hm. Naja, Spaß. Und sollte ich aufhören über solche schlechten Leute zu lästern. Über solche Kackpratzen. Spaß Team. Da hat der... Da hat der Freund meiner... Der Freund... Der... Der Vater meiner Freundin hat über die Bama-Bus-Geräfer geredet. Und ich muss... Ich hatte so ein Grinsen im Gesicht. Ja. Glaub ich dir. Also ich bin wieder da und ich hab meinen Shader jetzt ausgemacht, weil es... Ich... Ich bin in der... Und hab Shader an. Ich weiß... Hartzlichen Glückwunsch. Ja jetzt los, applaudiert mir zu ey. Ich will... Ich will hier... Jubelrufe hören. Okay. Ne, ne, keine Lust. Geht doch. Hören, weil ich äh... Nieren-Charakteristik anhab. Oh nein. Kubi... Kubi ist heute nicht da. Der ist gesperrt. Und seine Freundin hat. Und er feiert... Leider. Und ein paar andere Lebenfaktoren, wie zum Beispiel... Degenerier... 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 Lässt dich hier beleidigen, ihr Feudermongo. Ich find das... Ich glaub Kubi findet das auch vollkommen schlimm, dass er nicht mit dabei ist. Genau. Ja, der merkt das glaub ich gar nicht. Jetzt ist der Punkt! Der, der... Das... Das eine Bild, das er gepostet hat im... Im Chat, ne? Das mit dem äh... Ich bin sowieso kaum... Kaum mehr am Rechner deswegen, keine Ahnung. Nein, das... Das im WhatsApp-Chat. Achso. Das mit dem Eierblasendarm. Was, wir haben mit deinem eigenen WhatsApp-Chat? Wohin... Wo muss ich mal sich allen schreiben? Ja... Gib mir deine WhatsApp-Nummer, dann... Lade ich dich da ein. Ja, wir sind... Ja, wir sind nur geil. Also da sind sowieso nur Kubi... Ähm... Kubi... Ja... Kubi und Gerre. Kali... Kali, Gerre, Nico und äh... Julian. Ja, hallo. Da siehst du auch alle mal, wie wir aussehen. Genau. Ich bin auch da. Ja, hab ich doch gesagt, Nico. Und Julian noch. Ich bin auch da. Halt die Fresse! Äh, Nico? Ja? Ruf mal Nico bei Skype an. Ja. Ruf dir mal bitte auf Skype an. Das soll jetzt mal endlich online kommen, Alter. So ein richtiger Hurensohn. Weißt du, das scheiße ist? Hm? Ich hab Skypen und nicht stumm gestellt. Oh ne, oh ne, oh ne. Oh ne, oh ne. Ah doch. Ich hab das ja bei mir... Beschäftigt. Beschäftigt. Ich hätt so gewettet, weißt du... Ich stehe irgendwie immer auf Beschäftigt. Zehn Sekunden danach wär ein Anruf von Kalle gekommen. So, hiiii. Hiiii. Bei Absicht. Äh. Diamanten. Sehr gut. Sehr gut. Schöne Sache. Gib her. Und jetzt, äh, gib mir 5 Euro. Äh, gib mir 5 ab. Ich hab leider nur 3. Dann gib mir 3 ab. Ja, du bist auch scheiß Hacker. Ne, bin ich nicht. Ich muss mir immer noch was überlegen mit meinen 12 Diamanten, die ich jetzt hab. Also ich hab jetzt 5. Oder wieder hab. Du kannst hier, du kannst hier Hows machen. Stimmt. Das wären dann 6 Hows. 6 Huren. Wupp, wupp, wupp. Da fällt mir ein, ich muss gleich nach meiner Tür zu machen. Wupp, wupp, wupp. 6 Huren. 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 Alter, was macht denn deine Hows da? Das ist meine Blasen. Meine Hows. Oho ist gerade dabei, Felder zu hacken. Der war's jetzt nicht. Fandet ihr den auch dermaßen scheiße? Der war richtig scheiße. Okay, tut mir leid. Can? Hm. Ne, äh, Kalle? Can muss jetzt 2 Minuten auf die Strafbank. Gibst du mir die Erlaubnis, Can zu töten? Bitte. Ähm. Bitte. Na. Du darfst ihn töten, wenn er dir keinen süßen Heiratsantrag macht. Can? Und er muss dabei auf die Knie gehen. Und er muss, und er muss anfangen zu weinen. Okay, wenn du mich, äh, äh, wenn ich dich, wenn ich dich mal in real life sehe, dann mach ich das. Ne, in Minecraft. Äh, Can, hast du keine Facecam an? Nein, ich hab keine Facecam an. Auch schade. Also ich hatte, ich hab... Und er muss, der muss dabei ein bisschen weinen. Mit Schmatzer. Ja, die Geschichte kann ich ja mal ganz kurz erzählen. Und zwar, äh, die kennt, äh... Mit Schmatzer. Genau. Verdammt, wenn ich jetzt nicht so erkältet wäre, Alter. Verdammt. Oh, Alter. Das ist so schlimm gerade. So. Also die Geschichte kann ich ja mal ganz kurz erzählen. Und zwar war das so. Ich hab mir so gedacht, ja, YOLO. Ich hab, äh, 80 Euro. Ich kauf mir jetzt ne Webcam für 80 Euro. Ne Full-HD-Webcam. YOLO. Okay. Fuck YOLO. Und, ähm, dann... Ich hab den Schall gehört. Ist folgendes passiert. Hat einfach nicht funktioniert. Die war von Microsoft, ne? Nur so zur Info. Ja, Microsoft-HD-Cams sind gut. Ja, das stimmt. Microsoft-Live-Studio hatte ich. Livecam-Studio. Ja, die ist ja auch schlecht. Boah, Alter, was kaufst du dir so nen Scheiß, ey? Ernsthaft? Ich hatte mir die geholt und hab halt irgendwie gehofft, ja komm, die funktioniert doch bestimmt und die ist doch echt ganz gut. Kauf doch lieber ne Brille. Hab ich mir, äh, hab ich mir auch von nem Kumpel empfehlen lassen. Ne Brille zu holen. Na, oh, halt die Brille. Und dann hab ich die ausprobiert und die hat einfach nicht funktioniert. Ich hab zwar geschafft eine... Oh, halt die Brille, Mann. Viel, Mann. Brille. Ich hab zwar, ähm, ich hab zwar eine, ich hab zwar geschafft eine einzige Minecraft-Let's-Play-Folge damit aufzunehmen. Aber danach hat sie einfach nicht mal funktioniert. Ist die Brille oder... Wow! Warte, ich hab noch mehr Gold. Das wird jetzt doch mit der Entterreter auf ne Weile, das weißt du. Jan, wisst du wieviel wir Goldene App für wir machen können? Wie viel denn? Zwei. Ja, ich hab jetzt einfach 16 Gold in meinem Inventar. Boah! Wissen wir ja schon, wofür wir die verwenden? Goldene App für battlen! Die werden wir auf jeden Fall verwenden. Soll ich dir auch sagen wofür? Ja, das wisst du ganz genau. Zum battlen, zum battlen, zum nochmals battlen Wissen die anderen das eigentlich, dass wir das vorhaben? Nach dem End, ne, nach dem End? Ja, dass ihr uns alle slayen wollt Ach so, stimmt! Oh, dann wisst ihr das wohl Hm Hm Wir sind anscheinend doch klug Ne, ich hab nicht Ich baue mal dann einfach einen fechten dunklen Himmel mit Lava rum Ich hab nur Sticks dabei Ja, das reicht auch Sechs Stück Ach so, im End Sechs Stück reicht nicht, da geh ich mal kurz vor Ich bin der erste, der irgendwie weg ist Sag ich jetzt schon Ne, ich will, ich will dieses Ei haben Ja, ne? Ich will dieses Ei auch haben Ich will dieses Ei nicht haben, denn ich hab eh eins in der Hose Ha, 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 ha Ich erinnere mich noch an Alex, du warst so so Ha, 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 ha Ich hab mir das Ding 50 Mal anhören müssen Wegen, wegen dem Schneiden und so Und es hat mich jedes Mal, es hat mich jedes Mal genervt Muss ich jedes Mal sagen Das hat mich jedes Mal genervt Was? Ha, 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 ha Alex, musst du mal nachmachen Ja, das ist ja auch South Park, Alter Die lachen da wirklich so, die Indianer Ja, das stimmt, das ist sowieso geil Oh, man Ha, 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 ha Besten Indi- Ha, 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 ha Ha, 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 ha Gibt einfach nichts besseres So Es gibt's nix besseres It doesn't exist Yeah Swag Ich hab so Angst, dass jetzt von der Seite Jetzt von hinten ins Keletter ankommt So, gerade was richtig schwul ist gesungen jetzt zu tun Als wär's der cool, ne Ja, immer Moneyboy Steige aus dem Bett Dreht den Zweck auf Ich hab kurz in den Spiegel gesagt What up Yeah I get money Yeah Boah, hätt ich jetzt ne Facecam Hätt ich mir jetzt gegen die Äh, hätt ich mir jetzt gegen die Äh, hätt ich mir jetzt gegen die Schläfe geschlagen Und hätt mich selbst dumm gebracht Ich hätt mich auch gegen die Schläfe geschlagen Ja Achso Also ich bau grad voll fett meine Brücke aus John, du glaubst gar nicht wie viele Leute die einmal schlagen sollen Dann kann ich endlich unter der Brücke po- Lebensziel erreicht Was, wenn ich mich selbst umringe, würden mich ganz viele Leute schlagen wollen Ja, ich weiß Ja Bist du behindert? Haha Ja, wenn ich Ich hab gesagt, du glaubst nicht wie viele Leute dich gerne mal schlagen würden Cool, ich kann unter der Brücke wohnen, ich brauch ein Zelt Kann meine Minecraft jetzt endlich mal ein Zelt kru- 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 Ich find's ja geil wie Alex dort ab- äh abgeschnippelt wird, ne Ja Kann meine Minecraft jetzt endlich mal ein Zelt kru- Kru- Ja, halt meine Auge noch wird das komplett sein Zelt kru- Zelt kru- Zelt kru- Zelt kru- Zelt kru- Ich bin lehnt, weil mir ficken die Braves sich wieder richtig durch Zelt kru- Zelt kru- Zelt kru- Sag mal Nico, warum ist eigentlich, bei all deinen Videos wenn ich ein Full HD Bildschirm habe oder egal ob ich jetzt über Handy gucke oder nicht Warum ist da unten immer was abgeschnitten? Kannst du mir das mal erzählen? Zelt kru- Zelt kru- Zelt kru- Zelt kru- Zelt kru- Zelt kru- So Leute ich bin wieder da, äh Karl hat nächste Woche Geburtstag, scheiß drauf Wann hast du denn Geburtstag? Mittwoch 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 Zelt kru- Oh wunderbar Dir genau den ganzen Tag, grumpy Color Zelt kru- Ich bin grumpy Color, ich hab keinen Bock Ich mach dir Shader jetzt doch aus grumpy Color Grumpy Color Du hast einen Shader drin, warum hast du denn Den Shader drin? weil mein, Spiel gerade Jetzt ist Nico so total leise irgendwie Ja�tülich Aber geil Call No miner Du hast gedacht beim Nico beim Lo young 92 wie ich glaube wird immer lauter wenn ich ihn lauter drehen und da kann man eigentlich da kann man eigentlich voll gut holz von moller klein moment ich muss was Neues starten da wallah mein gott Leute sorry ja jetzt kann ich euch starten sooo wieder da oh weißt du ich komm rein Creeper nein mein Boot ist weg scheiße ich will nicht wissen wie das jetzt für die aussieht ja hart geil okay ich hab das Boot hier geparkt als meine Fluchtmöglichkeit obwohl ich will ja auf dem Pferd hin kommen fuck jetzt wird abgedacht meine Freunde abgegisst Alter ich komm mir grad echt vor wie so'n Spaß du kommst dir nicht nur so vor glaub mir ich tauch so unter Wasser vor allem du tauchst unter Wasser was bist du für ein Gangster ich hab noch nie geschafft unter Wasser zu tauchen sie haben mich noch nie gesehen sie haben mich noch nicht gesehen ich hab bisher nur über Wasser geschafft ich bin mir ganz sicher sie haben mich noch nicht gesehen Gott Assassin's Creed oh ich sag's nochmal das ist nicht Assassin's Creed was du machst das ist Plinter Cell Plinter Cell in Assassin's Creed werden schon alle tot nein sie haben mich gesehen dank meiner Vorwarnung sieht dich jeder auch nicht irgendwie verdammt egal ich hab mein Boot ich hab mein Boot ich hab mein Boot den ganzen Tag ganz egal was auch mein Wasser gegen hat ich rauch mein Ganjar den ganzen Tag lalalalalalalalalala fahr fahr los Pötchen gib Stoff gib Gas werde verfolgt aber ich bin ein Junge der ich darf nicht verfolgt werden Alter bring den nicht dauernd ernsthaft Wiederholungstäter das ist er er ist ein Wiederholungstäter wow Spinnen meint's ich schaff's nicht irgendwo bei denen zu verstecken hey hier ist mein